Und weiter geht's. Ich bin voll zu tot gewesen. Warte, 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 warte. Nicht ungeduldig werdend. Das ist gemein, da gilt kein Doppelsprung. Doch. Ist das ne miese Nummer. Oh, ich bin da. Da ist sie ja. Okay, your turn. Und nu? Du musst halt ran und springen. Warum nicht? Okay. Mach. Mach, ich rutsch ab. Ich rutsche. Oh Gott. Wo bist du jetzt? Ich stehe auf diesem Rad drauf. Ich sollte eigentlich runterfallen. Boah, ist das echt. Also ich muss schneller drehen. Okay. Dreh, 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 dreh. Ich rutsche, ich rutsche, ich rutsche. Ich will ja nur sagen, dass ich rutsche. Jetzt springen. Springen. Oh nein, was ist das? Boah. Das war es nicht. Ich warte. Ich schaff das, ich schaff das. Nein, ich schaff es nicht. Warte. Auch nicht. Warte. Einmal springen. Habe ich, habe ich, habe ich. Dreh, 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 dreh. Springen, springen. Wohin springst du denn? Wohin springt mal da hinten drüber. Die springt immer falsch. Die springt immer falsch. Die springt immer falsch. Die springt immer falsch. Springen. Ich bin da. Gott sei Dank. Und wie komme ich drüber? Das weiß ich noch nicht. Lass mich da erstmal gucken. Hier ist ein Tor. Da kann ich mit dem Kabel nichts machen. Da oben ist es kein Ebener. Ja, ich guck mal da. Ja, das ist doch. Und nun? Ach, jetzt darf ich das machen, während das ganze Ding komplett läuft. Ja, bitte. Na, super. Bei dir muss keiner drehen. Stopf. Boah, form vollendet man erstmal. Ähm, okay. Ich nehme an, man kann nicht über das Rohr gehen. Ich nehme es auch an. Boah, ahaha. Ah, ha, 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 ha! What? Äh, okay. Oh, das ist fies. Woah! Oh shit, ich hätte fast geschafft. Boah. Ach so, jetzt ist die Trommel aber nicht mehr da. Welche Trommel? Ja, wir müssen jetzt hier rüber, sonst geht das nicht. Haha, geht nicht. Okay. Ja! Oh, tschüss. Ich würde dich ja gerne auffangen, aber... Warte mal. Bleiben die jetzt stehen? Ich kann nicht Gas geben beim Springen. Geht nicht. Jetzt hier rüber. Jawohl. So, jetzt habe ich hier einen Griff. Aber ich weiß nicht, was damit passiert. Ah, dann geht es in der Mitte andersrum. Ja, genau andersrum dann. Vice versa. Und was machen wir damit? Ich weiß es noch nicht. Ah, doch, ich weiß es. Spring mal rein. In den ersten. Ja, ich nun wieder. Ey, du hast mich geschnetzelt, du Arsch! Entschuldigung, ich habe zu früh gedrückt. Umschalt drauf! Au! Ich glaube, du musst damit in die andere Richtung, oder nicht? Ich weiß nicht mal, warum ich da reinspringen sollte. Weil wir da auf die andere Seite müssen. Ach so. Und du musst einmal in der Mitte... Ach so, und hier ein Glas ist. Und dann wieder umschalten, damit du da rein fliegst. Ja, warte, da ist ein Glas. Ah, ich muss durch den Tunnel durch. Ja, ja. Jetzt rüberspringen? Ja. Weiter! Ja, ja. Ja, nein! Oh! Knapp! Hast du da auch so einen Griff? Ja. Ah, okay. Jetzt musst du das gleiche mit mir machen. Oh, verdammt. Ja, okay. So. Ja. Spring! Ja, du musst schon springen! Okay, nochmal. Ja. Spring! Ja. Spring! Spring! Ja! Jawoll! Okay. Ich nehme an, die Luftkissen sind unsere Freunde. Ich weiß es noch nicht. Ja, ganz hier drüber. Jaaa. Ach, die bewegen sich. Warte. Oh! Oh! Die drehen sich nur. Ja, genau. Die drehen sich weg. Okay. Ich hätte das Ding reparieren sollen. Sieht übel aus. Ups. Hm. Ah. Hier hoch. Wieso gefällt mir das nicht? Aber wie kommst du denn da rein? Gibt es da irgendeinen Eingang dafür? Kommt man da irgendwie rein? Achso, du musst da rein. Ich seh keinen. Ich seh keinen. Doch, geh mal da rein. Und jetzt? Okay. Warte. Oh, ja. Ja. Jawohl, ja. Und jetzt? Toll. Wo ist der Unterschied? Weiß ich nicht. Wo bist denn du? Oben. Und da ist gerade das Ding hier zugegangen. Welches Ding? Das hier. Ja, komm mal weiter. Die Kiste war gerade noch offen. Warte, ich drück nochmal auf den Knopf da. Ja. Nö. Tut sich nichts. Ja, Moment mal. Du bist da hin? Was ist hier? Keine Ahnung. Ich wollte mal gucken, was hier ist. Das sieht übel aus. Das sieht übel aus. Geh du vor. Ja. Ok. Wir müssen da rüber. Mit dem Strahl. Bist du schon da? Nein. Hab ich nicht geschafft. Ich auch nicht. Ich will wieder zu blöd zum Springen. Ich meine, die sieht ja formvollendend aus beim Springen, ne? Aber sie schafft es trotzdem nicht! Mann! Ach, wieso bin ich doch Holzpuppe und kein Flummi? Nee, du musst nach vorne springen zweimal und dann dieses Laufen oder dieses Schnelldienst. Will ich ja, es geht aber nicht. Ah, jetzt. Ah, wieder tricht aufs Spielchen hier. Ich komm nach. Okay, ich komm nach. Warte. Ich bin oben. Ja, ja, ich komme. Ich hab erst mal geguckt bei dir. Oh Gott. Ich bin da. Warte. Aber wohin da? Ach, da rüber. Auf die andere Seite. Rechts rüber. Was wohin? Nach rechts rüber. Okay. Springen, flitzen. Ja, aber du musst da umdrehen. Ah, okay. Du hast einen Hebel, der den Hebel nicht zieht. Ja, dann hau rein. Oh. Ja, ob ich einen Hebel ziehe oder nicht, ist auch egal. Okay. Warte. Und los. Ja. Bin drüben. Puh. Find Cody. Hast du da auch so ein Ding? Ja, Find Cody irgendwas. Was? Ja, Cody. Achso, mittlere Maustaste. Dann kannst du... Dann scrollt er zu dir. Dann sehe ich, wo du bist. Gut. Okay, warte. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich hab da ein... Achso. Achso. Ah, okay. Du. Ich muss da irgendwas steuern jetzt. Nee. Äh. Genau. Weiter. 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 Stopp. Das war zu weit. Okay, warte. Stopp. Nein. Du kannst ja gemütlich drauf springen. Ich weiß. Ich bin nur einmal zu viel gesprungen. Achso. Boah. Warte, warte. Das Ding ist weg. Warte. Warte, noch nicht springen. Zu weit. What? Stopp. Ja, wohl. Warte. Jetzt. Nein! Nein! Oh! Oh! So, warte! Ah! Äh, ja! Du hättest dann auf die andere Seite laufen müssen! Okay, warte, ich hab's verspannend! Moment! Okay! Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe! Ich bin daneben gesprungen! Warum machst du das? Ja, warte! Geh du da drauf! Jetzt! Hab ich! Bin da! Wie war denn das? Ah! Jetzt saugt das Ding! Und wie kommst du denn rüber? Mal gucken! Ah! Und da, other way! Oh! Oh! Boah! Ich muss hier nicht richtig da rein! Fuck! Entschuldigung! Hab ich! Hm! Moment! Schaff ich! Fum! Okay! 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 Warte! 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 Ja! Ja! Okay! 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 Und wo muss ich lang? Ah! 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 I'm just suck up some more rubbish then! Moment, ich bin jetzt hier. Ja, kannst du jetzt auch da reinklettern? Achso, willst du nicht? Ich kann hier nur das Ding hier. Musst du da irgendwas werfen? Diese Äpfel oder so? Werf die Äpfel mal. Kannst du die aufnehmen? Nein, kannst du nicht. Aber das hier hat jetzt angefangen zu saugen. Okay. Oh ja, du musst da oben. Aber hab ich doch. Ich bin ganz oben. Warte. Ist das denn auch der Richtige? Ja. Ja. Aber da ist nichts. Oh, warte. Vielleicht würde ich springen. Warte. Nee, das geht nicht. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kannst du mir nur dieses Ding hier hochhalten. Mehr kann ich nicht machen. Aber das muss ja irgendwas Bewandtes haben mit diesen roten Dillern da. Die sind noch eben aus dem Rohr da rausgekommen, also auf den Knopf gedrückt, das oder nicht? Ja, und das Ding hier fing an zu saugen. Und jetzt kann ich dich mehr auf den Knopf draufdrücken. Und eine Kugel ist durchgesaugt worden. Ah, dann warte mal. Ich weiß, wie wir das machen. Du setzt dich jetzt auch auf das Rohr und steuerst das auf eine von diesen roten Dingern. Wir müssen nämlich nicht mit dir schießen, wir müssen damit schießen. Warte. Ja, einen habe ich. Ah, jetzt weiter. Jawohl. Ja. Okay. Nein, nochmal. Ah. Nochmal. Einen noch, ne? Ich denke. Ah ne, hier liegen nochmal drei. Ja, ja, klar. Ah. Okay. Hat nicht getroffen. Die sind drin. Hier liegt keine mehr. Ja, ja, jetzt kannst du wahrscheinlich da drauf springen. Der ist jetzt runtergegangen, weißt du? Das Ding ist ja jetzt runtergegangen. Ach hier, dieses Runde? Genau, da musst du jetzt oben drauf und dann kannst du auf die andere Seite springen. Genau, auf die andere Seite. Mhm, okay. Genau. Und jetzt müsstest du hierher kommen. Oh, talk about dead weight! Du musst auf der anderen Seite drücken. Okay. Bin auch dabei. Okay. 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 Oh! Du hast mich verletzt, und du hast mich weggebrannt in hier. Jetzt werden wir beide sterben. Nein, warte. Ich kann dich immer wiederholen. Ich kann dich wiederholen. Keine Ahnung, nein, 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 nein. Sie ist richtig, sie ist ein Ingenieur. Ein wirklich guter Mann. Du bist sehr guter Mann. Hey, Matthew. Are you wirklich going to believe that? Huh? Because I would not. Don't listen to him. Once I get my real body back, I can fix you. Oh, is that so? Then why did you buy the expensive Turbo X 2000? Huh? Hey! What? You've replaced me with the Turbo X 2000. A pretentious French vacuum who can't even suck properly. Ein französischer Staubsauger, wenn ich es nach oben kacke. Okay, I'm out of here. See you later. Good luck. Was? Hab ich nicht verstanden. Kein Problem, man hat bei mir auch etwas länger gedauert. Was denn? Ein französischer Staubsauger? Au, au, au. Au, was ist das denn? Äh, was? Wir sind tot. Das habe ich mitbekommen. Aber warum? Ich gehe mal weg. Ich, ich, ich warte. Au, au, au. Lass das. Voll. Oh, oh. Was will ich? Ich habe mir gesagt, was du machen musst. Hier rein, hier rein, hier rein. Oh, nee. Einer hätte eh drücken müssen. Ah, ah, ah. Was jetzt? Ja, ich sitze hier oben drauf. Ja, aber ich kann nichts machen. Hint auf. Ah. Au. Halt am Schinger, Feuerblanke. So, jetzt hier drauf. Ja. Und ich rein. Ach ja. Geht nicht. Ah. Aua, nicht auf mich. Ich glaube, wir müssen... Kannst du oben auch drauf? Ja, wahrscheinlich. Warte, ich guck mal. Ja, ich kann hochklettern. Jetzt muss auch nicht schießen. So, jetzt. Okay. Au. Tot. Ich auch. Ähm. Soll ich unten, oben hinspringen und du unten? Hm. Miegeil. Eins auch? Miegeil. Okay, dann geh du nach oben. Ist es drauf? Jetzt. Ja, ja. Jetzt. Hau rein. Ja, tu ich. Noch eine Runde. An den einen kommst du nicht dran. Ja, ein bisschen Schaden kriegen wir immer, ne? Nee, du musst hochspringen. Ah, Mist. Du kannst über die Dinger drüberspringen. Nochmal? Hm. Okay. Okay. Bereit? Okay. Ja. Ah. Oh, jetzt kommen viele. Jetzt kommen viele. Oh, mein Gott. Hilfe. Verdammt. Du Arzt. Oh, mein Gott. Aufgedammt. Ah. Ich bin tot. Ich auch. Boah, ist das schwierig, ey. Du kannst über diese Wellen drüber springen, ne? Hab ich noch nie geschafft. Doch, einfach springen. Sag mal, wenn du bereit bist. Ja. Okay. Okay. Ah. Immer noch was abgekriegt. Autsch. Au. Au. Vorne, wieder vor vorne. Ne, ne. Ne, ne. Solange du lebst, dann will ich mich wieder überleben. Okay. Okay. Okay, ich bin oben drauf. Gut. Sauge ein. Boah. Das haben die Dinger. Okay. 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 Aua! Achtung, 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 der schmeißt mit Möhl, der schmeißt mit Möhl! Oh, der hat mich schon wieder getroffen! Okay, ich geh hoch. Ich bin dran, soll ich sagen? Ich auch, ja. Ja, noch einmal das Ganze. Ich muss mich beleben. Halt durch, halt durch, ich muss mich beleben. Ja, ich bin da. Ich bin tot. Kannst du dich mit E beleben? Ja, ja, ja. Jetzt muss ich nämlich durchhalten. Ich bin wieder da. Okay, prima. Ich geh hoch. Ich bin drauf. Ich auch. Okay. Ja. Ich sauge. Jetzt müssen wir da vorne hin. Ich hab grün, ne? Warte ich nicht. Ne, ich hab grün. Okay. 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 Und was würdest du jetzt machen? Wahrscheinlich hab ihn drauf. Auf die Augen vielleicht. Was? Need? Need Lyngie. Will! Ich bin dabei. Nein! Sorry, Vacuum! Saug ihm das Auge aus! Oh, das ist grausam! Ähm, ich kann nichts machen. Gut, okay. Ich glaube, den müssen wir nicht mehr reparieren, das hat für mich nicht. Wir haben ihm gerade die Augen ausgesaugt. Ich hoffe, sie weiß, was zu uns passiert ist. Sie muss etwas wissen. Sie hat diese Toile gemacht. Sie hat diese? Ja. Warum hat sie sie so aussehen? Ich weiß nicht. Warum erzählst du mir über sie? Warum würde ich? Sie ist ein Kind. Sie spielt mit allen Dingen. Ja, ich glaube so. Komm mal, lass uns sie finden. Wo sind wir? Du solltest wissen. Du hast dieses Ort benutzt. Ich war hier seit Jahren. Ich mache noch mal eine Pause. Warum? Ja.